Kurze Info zum Anfang, ich habe statt GPD die ganze Zeit GDP gesagt. Trotzdem viel Spaß mit dem Video. Hallo zusammen, wie geht's, wie steht's? Ich zeige euch heute das erste Mal ein Handheld von GDP, den GDP-WIN4. Ich habe mich bisher ja kaum mit GDP-Handhelds beschäftigt. Ich habe zwar gesehen, dass es verschiedenste Modelle gibt mit verschiedensten technischen Spezifikationen, aber mich hat diese Marke einfach nicht interessiert. Ich kann selber nicht genau sagen, warum. Mich hat bis jetzt keines der Geräte wirklich geflasht von der Optik. Vielleicht liegt es am Design. Vielleicht lag es auch an den Preisen, die damals für die Geräte veranschlagt wurden. Ja, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz zeige ich euch nun dieses GDP-Modell, weil ich es einfach sehr interessant finde. Was man natürlich zuerst sieht, ist die starke Ähnlichkeit zur PlayStation Portable, zur guten alten PSP. Und das nächste, was sehr interessant ist, dass man das Display, was dort eingebaut wird, hochschieben kann. Und das ist klasse. Das erinnert natürlich auch wiederum an die PSP Go, wo sich ja der Bildschirm auch nach oben schieben ließ und darunter eine Tastatur versteckt war. Ich habe einiges an Material schon vor ungefähr zwei Wochen gesehen. Da war aber nicht ganz klar, ist das jetzt nun ein Prototyp oder ist das ein, ja, wo kommen die Sachen her. Aber nun sieht es so aus, dass das Gerät so in der Form mit dem Design so kommen wird. Ja, ich bin gespannt. Aber das Ganze wird auch seinen Preis haben. Da sich das hier beim Win 4 um einen AMD 6800U-Prozessor handeln wird. Es gibt alternativ auch noch Intel, was man sich konfigurieren kann. Es wird aber ungefähr in der gleichen Preisrange liegen. Und da reden wir dann eben von Preisbereichen von 1000 bis 1500 Dollar. Gehe ich mal ganz stark von aus. Damit reiht sich das neue GPD-Modell also direkt bei den gut ausgestatteten Aya und Aya Neo Modellen ein. Ich lasse mich auch mal überraschen, ob es dieses schöne Teil auch noch in einer Konfiguration gibt, die eine ganze Ecke günstiger ist und eben nicht diese High-End-Prozessoren drin hat, die so teuer sind, da ich das Design, die Optik hübsch finde. Aber höchstwahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dieses Gerät mir nicht kaufen werde. Einfach, weil der Preis natürlich auch relativ hoch ist und ich mich aktuell mit dem Steam Deck beschäftige. Wenn man das vergleicht mit allen anderen Geräten, die auf dem Markt sind oder auch noch kommen werden in den nächsten Monaten, was ja auch dann sogar bis ins nächste Jahr reingeht, wo die Geräte erst auf den Markt kommen, wird das Steam Deck einfach, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, bis ins nächste Jahr eben rein kaum einen ernsthaften Mitbewerber bekommen. Und da ich da bestens ausgestattet bin mit dem Steam Deck, gibt es für mich auch eh keinen Grund, mir das Gerät zu kaufen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass GDP mir hier ein Muster zukommen lässt, um das auszuprobieren und zu zeigen. Trotzdem finde ich das Design sehr hübsch. Ich finde, es hebt sich mal ein bisschen ab von den ganzen anderen Geräten, die bisher auf den Markt gekommen sind und mal gucken, was uns in Zukunft noch so erwartet. Das war's schon. Ach ja, ich habe es fast vergessen. Wenn ihr Inhalte zu meinem Steam Deck haben möchtet, schreibt es mir einfach mal. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.